ja hallo und herzlich willkommen hier zu einer special folge von let's play democracy was eigentlich gar kein let's play democracy ist und direkt die special folge nr 2 ist ja wie man unschwer erkennen kann wollte ich einfach mal im rahmen meiner democracy reihe jetzt wo nämlich der valo mal draußen ist wir haben den 31 august bei mir keine ahnung bei dem fall rauskommt ich hoffe vor der bundestagswahl der folge ist hoch wollte ich einfach mal den valo mart als let's play machen let's let's surf ja keine ahnung wir machen den valo mart es gibt ein paar medienpartner wie ich sehe unter anderem ist dann natürlich auch der kölner stadtanzeige dabei den ich nicht lese ja die machen wir mal weiter so bundeswehrmännern bei der terrorismes bekämpfung sollte bundeswehr im inland eingesetzt dürfen dürfen finde ich zu nicht nur bei der terrorismes bekämpfung allgemein auch als unterstützung der polizeiarbeit weil ich das gefühl habe dass die polizei einen viel zu eingeschränkten rechte satz in deutschland hat und die bundeswehr die müssen ja jetzt nicht kommen mit panzern und auf leute schießen gottes willen nein aber die bundeswehr als als deeskalierende maßnahme als als schützende maßnahme vor allem wie halt explizit bei terrorismes bekämpfung stimme ich vollkommen zu steuerung von pkw diesel diesel kraftstoffe pkw so höher besteuert werden nein ich finde nicht das gilt bei allen nicht nur bei diesel dass bestimmte gruppen irgendwie steuerlich benachteiligt werden sollen vor allem warum sollte man dieselfahrzeuge mit benachteiligen nein sehe ich nicht für die aufnahme von neuen asylsuchenden soll ich eine jährliche obergrenze geschaffen werden oder eine jährliche obergrenze gelten ja das ist wieder so eine problemfrage wenn ich ja drücke bin ich afd wähler wenn ich nein drücke bin ich linke wähler oder csu wäre eigentlich ja ja das problem ist bei asyl bei der obergrenze für flüchtlinge für asylsuchende gibt es große probleme klar sehe ich es als ja welches numen setzt sich da jetzt ein als gefahr ich sag mal als wirtschaftliche oder als gesamtheitliche gefahr zu viele also zu viele asylsuchende aufzunehmen weil deutschland die vielleicht nicht beherbergen kann selbst wenn sie wollen nicht nur aus gründen der kosten sondern auch aus gründen der infrastruktur auf gründen der kultur angepasst halten beidseitigkeit natürlich die deutschen müssen also nein die doch die deutschen müssen die asylsuchenden akzeptieren andersherum müssen der süße und natürlich auch deutschland akzeptieren klar sehe ich auf beiden seiten ich sag mal neutral es ist schwierig ich könnte mich nicht endgültig entscheiden so aus bei eurer energien soll verbunden dauerhaft findet sie gefördert werden nein es soll alles gleich gefördert werden so der bund soll mehr mittel für den sozialen wohnungsbau darstellen ist auch so ein problem ich sehe wohnungs sozial wohnungsbau als auf jeden fall notwendig an es gibt die leute die sich keine wohnung von selbst leisten können mehr mittel für den sozialen wohnungsbau bereitstellen sage ich aber nicht ich behaupte aus beobachtungen dass die mittel des sozialen wohnungsbaus ausreichen klar du liebst dich im luxus aber ich finde man muss sich auch ein bisschen immer anpassen man darf nicht zu viel erwarten und deswegen sage ich es reicht war für generell unabhängig von einkommen der eltern gezahlt werden nein ich habe selber war auch bekommen und warum sollte jemand der deren eltern ein einkommen von keine ahnung gesamteinkommen von 6000 euro haben netto bleiben keine ahnung was best das für eine gute gruppe steuerklasse wären 3500 netto warum sollten die nicht für die ausbildung ihrer kinder mit reingezogen werden ja jetzt widerspreche ich mir alle leute gleich klar aber das ist ja keine direkte belastung weil es ja keine steuer ist die bezahlen muss es ist ja eine ausbildung das ist ja quasi ein ich sag mal halb konstruktives kann naja aber wir sind bei der nächsten frage videoüberwachung das ist das wo mein freiheitlicher gedanke ein bisschen immer in den hintergrund rückt videoüberwachung ja soll ausgeweitet werden ich sehe videoüberwachung vor allem diese multifokale videoüberwachung als super effektiv an deutschland soll im schuldenschnitt für griechen dazustellen nein das kann ich als kaufmann nicht verantworten jede schuld muss zurückgezahlt werden du kannst nicht einfach so wir schaffen die eh nicht also sagen wir müssen weniger zahlen nein das funktioniert einfach nicht das funktioniert betriebswirtschaftlich eigentlich einfach nicht jeder muss seine schulden zurückzahlen nein nicht generell ist der politik mit auf autobahn hallo 250 mit dem mercedes e240 schick die gesell leider schick gesell so die verteidigungsausgaben deutschland sollen erhöht werden ich sag mal nein aber also so ein licht schützender schutz klar den kam damit kann man nichts gebrauchen da kannst du gleich nein sagen wir haben wir uns nicht noch mal für verteidigung reicht es wir müssen ja niemanden angreifen warum sollen wir die erhöhen mit treiber von internetseuchen sollen gesetzlich dazu verpflichtet sein fake news zu löschen auf die sie hingewiesen werden ähm sage ich nein das wäre eine zu große zensur auf der einen seite auf der anderen seite sehe ich es einfach als technisch nicht machbar an und automatische systeme funktionieren in der it halt bei was soweit es inhalte kontrolle angeht nicht sehe die nicht werbefreundlichkeit von videos nein ökologische landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle nein gleichbehandlung aller formen der landwirtschaft kindergeld soll nur an deutsche familien ausgezahlt werden ähm sage ich auch nein a nicht ist daran dass das ich das kindergeld als ein oder die allgemeine kinder unterstützung erziehungsunterstützung als eine der wichtigsten güter ansehe um nachhaltig eine stabile junge demografische gruppe aufzubauen und je mehr leute das kriegen desto besser sehe ich die chancen für den demografischen wandel in die positive richtung nicht wie jetzt in die negative älter werdende richtung klar soll nicht klar soll nicht jeder mitbekommen auch ich finde man sollte auch bei nicht deutschen familien das differenzieren zum beispiel nach einer art dauer wie lange ist man anwesend vielleicht nach einer art integrationsstatus müsste man sich genauer dann im detail überlegen aber ich sage nein arbeitsverträge sollen weiterhin ohne angabe von gründen befristet sein dürfen sehe ich als richtig an man muss eine ein wie heißt das probezeit haben du musst wissen passt du in den betrieb und der betrieb muss was wir wissen passt du in einen mit in den betrieb rein sechs monate als obergrenze sehe ich als korrekt an wenn du nach sechs monaten immer noch nicht weiß ob der kollege da rein passt dann wirst du dich auch nicht entscheiden müssen grundlos ist es ja nicht die probezeit hat immer den eigenen sinn bei neuen anstellungen im selben folgebetrieb kann man vielleicht darüber reden okay so impfpflicht kinder sondern gegen ansteckende krankheiten geimpft werden müssen ja das ist einfach ein zu hohes risiko da geht das allgemeinwohl über das wohl der einzelnen und sorry anhand hatte ich als naturwissenschaftler sage dir dass impfungen nicht irgendwie keine ahnung was denkst du dir aus krebs verursachen tinnitus keine ahnung ich weiß nicht was da diese in vierte gegner manchmal denken das risiko an einer ansteckenden krankheit zu ja zu erleiden sage ich mal nicht verrecken einfach nur allein ist höher als irgendein impfrisiko alle banken sollen verstaatlicht werden wieso freie marktwirtschaft funktioniert einfach am besten also das könnte der staat auch gar nicht guck mal was was müsst ihr der staat davon plötzlich kontrollieren deutsche bank kommerz bank santanere spalle das wird nicht funktionieren der völkermord an den europäischen jungen so weiter ein zentraler bestandteil der deutschen erinnerungskultur sein ja warum weil es einfach das ist was zur zeit immer noch von der geschichte von der geschichte in den letzten 1000 jahren ist der völkermord an den juden einfach das was am aller bekanntesten ist oder was am repräsentativsten ist wenn sie das wasser das schlimmste oder was ist das prägendste ereignis der letzten hundert jahre gewesen welt zweiter weltkrieg klar sag ich immer und deswegen muss das da drin bleiben haushaltsüberschüsse soll überwiegend zum abbau von staatsschulden verwendet werden ja sonst wird der betrieb staat wie er es immer ist in einer volkswirtschaft nicht funktionieren investitionen ja aber nur mit überschuss wenn schuldabbau geregelt ist die gesamtzeit der nutzt die rennen landwirtschaftlichen betrieben eine gemeinde soll begrenzt werden können verstehe ich den sinn dahinter nicht dementsprechend stimme ich dem nicht zu braunkohle abbau in deutschland soll auch 50 braunkohle abgebaut werden dürfen ja sage ich es hängt eine ganze industrie dahinter und und solange wir noch auf diese fossilen brennstoffe zugegreifen können wieso sollten wir sie nicht verwenden wieso sollten sie einfach im boden verrotten dürfen also man muss gleichzeitig entwickeln was passiert danach du darfst nicht einfach sagen oh brokolis weg öl ist weg was machen wir jetzt nein du musst alternative energien entwickeln aber die ressourcen die wir haben können wir auch nutzen unternehmen soll weiterhin leiharbeiter und leiharbeiterinnen beschäftigen dürfen ich sage ja das ist ein gutes prinzip um die arbeitsauslastung gut zu gewährleisten manche betriebe wie zum beispiel jetzt krankenhäuser in dem krankenschwestern fehlen würden ohne auch schlecht funktionieren hätten deutlich eure kosten war jetzt noch mehr krankenschwestern angestellt werden müssten als nötig wären also ich stimme dem zu in deutschland geborene und aufgewachsene kinder ausländischer weiterhin neben der deutschen ihre zweite staatsangehörigkeit behalten dürfen sage ich ja weil es schädigt deutschland nicht steuern kann man darüber streiten ja aber primär schadet es nicht bereits nach 40 beitragsjahren soll der renteneintritt abschlagsfrei möglich sein bedeutet wenn man mit 22 anfängt oder mit 20 ab wenn man mit 60 nein das würde zu hoher kosten verursachen 45 ist gut weniger nicht mehr kann man darüber diskutieren je nachdem wie der biotechnische medizinische wandel weiter voran schreitet deutschland soll zu einer nationalen währung zurückkehren das wird die afd mit ja beantworten denn das wissen viele ja nicht also wissen vielleicht schon viele aber heutzutage ist das nicht mehr im bewusstsein die afd hat ja damals mit ihrem euro kritischen kurs angefangen 2009 8 nee später 2011 12 und heute ist ja einfach nur noch eine flüchtlinge partei geworden also eigentlich zur nsdap und damals konntest du wenn du das gesagt hast ja ich unterstütze die afd war es ja einfach noch kein dreck brauner nazi so damals war das eine politik die man neutral ohne also ein bisschen populismus war es vielleicht schon aber es war ich habe es verstanden weshalb man das vielleicht unterstützen könnte heute ist es einfach nur noch ja wir machen das was die anderen scheiße finden und dann finden wir gut nein also nicht nationale währung sehe ich auch als monetaristisch wirtschaftsökonomisch nicht sinnvoll an die frauenquote sowie die aufsichtsräte bürger und täterunternehmen soll abgeschafft werden ja warum besetzung nicht nach quote sondern immer nach leistung hohe vermögen sollen besteuert werden die frage ist scheiße gestellt weil alle vermögen besteuert werden sollten damit wird aber mit ne weil auch ich habe vermögen steuer steht so eine extra abgabe gemeint sein und da sage ich nein leute die sich die viel geld haben haben sich das erarbeitet und warum sollen die mehr zahlen als anderen nein oder zumindest extra mehr nochmal für begangene strafzeiten soll noch kinder unter 14 jahren verurteilt werden können sage ich ja das ist ein riesiges versicherungstechnisches problem ich sage dass sogar kinder unter 14 bis 7 jahren vielleicht sogar darunter ab 5 ab 4 ab 5 4 so die grenze wenn wirklich komplett handlungsfähig laufen können um dass die zumindest versicherungstechnisch schon mal im namen ihrer eltern zur handlung und strafe gezogen werden können dass ich eh kind mit neun jahren macht kratzer am auto das nachbarn tja hat der nachbar pech gehabt sich als riesiges riesiges problem nein die eltern müssen in regress genommen werden ab dem alter wo kinder selbstständig sich sage ich mal so ist sie selbstständig solche delikte verursachen können sie können vielleicht wissen vielleicht noch nicht was da passiert aber sie können sie verursachen und versicherungstechnisch muss das gedeckt sein und straftaten ist ja noch was anderes das machst du ja vielleicht klar so was wie verlassen vom unfallort wäre das ja aber damit sind solche sachen wie drogenhandel unter kindern gemeint wie extra bewusste finanzdelikte wie keine ahnung so was gibt mörder und den kindern keine ahnung ich glaube das ist zu viel aus filmen oder so oder aus mexiko keine ahnung aber ich sage ja gesetzliche krankwissen alle grünen bürgerin soll bei gesetzlichen krankenkassen für sich sein müssen nein wenn man mehr geld hat darf man sich doch wohl auch mehr gönnen eine private krankenkassen für sich nur das toll dkv der bund soll weiterhin projekte gegen rechtsextremismus fördern ja ich sage aber immer diesen zusatz nicht nur gegen rechtsextremismus sondern gegen alle formen des extremismus wirklich alle rechts links liberal extremismus gibt es das bestimmt wenn es das gebe ja auch das der erwerb von selbst genutzten wohn eigentum soll bis zu einer hohe bestimmten höhe steuerfrei sein selbst genutztes wohn eigentum ja wohn eigentum was erworben wird um es weiter zu vermieten nein einfach mit der tatsache dass wenn man keine gewerbliche absicht hat ähm der nutzer nicht noch stärker in die schulden zange genommen werden soll als jemand der einfach nur eine wohnung hat rüstungsexporte aus deutschland sollen ausnahmslos verboten werden nein das ist ein ganz normaler wirtschaftsbestandteil der kontrollierte verkauf von cannabis soll generell erlaubt sein nein drogen aller art ich habe es glaube ich schon in der ersten folge dem akustik gesagt ich bin da gegen tabak kann höher gesteuert werden alkohol ich trinke manchmal selten alkohol soll höher besteuert werden möglicherweise auch aus dem handel genommen werden ich bin gegen den verkehr jeglicher art von drohen der solidaritäts zuschlag soll ende 2019 vollständig abgeschafft werden ist immer so ein ding er ist nicht mehr notwendig weil wir haben die wende eigentlich schon hinter uns deswegen sage ich eigentlich immer ja so leistungskürzung für flüchtlinge anerkannten flüchtlinge sie sich integrationsmaßnahmen verweigern soll die leistung gekürzt werden ja ich habe am anfang irgendwann mal dieses mit den kindergeld gehabt war das das irgendwie so wo ich gesagt hatte auch flüchtlinge müssen sich an deutschland anpassen und das ist es einfach wer sich nicht anpassen will sorry dem will ich auch nicht helfen rechtsanspruch auf ganztagsbetreuung eltern sei für ihre kinder bis zum ende der grundschulzeit ein rechtsanspruch auf ganztagsbetreuung gehalten das sage ich ja grundschulzeit ja darüber hinausgehen nein sehe ich jetzt nicht mehr notwendig an in der grundschulzeit wo kindern noch mehr persönliche betreuung benötigen als später da sage ich ja gottesbezug im grundgesetz gottesbezug im grundgesetz soll bestehen bleiben nein auf keinen fall warum einfach aus der tatsache der säkularisierung kirche hat nichts mit dem staat zu tun kirche hat nicht in der politik zu suchen in deutschland soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben alter nein das ist einfach jemand der was kriegt muss auch dafür eine gegenleistung erbringen das funktioniert sonst nicht liebe linke das ist nicht wirtschaft was dahinter steckt leute also wirklich die zusammenarbeit der mitgliedsstaaten in der eu soll verstärkt werden ja das ist ein guter starken staatenbund so welche thesen sind mir wichtig Tempolimit sehe ich als wichtig an tatsächlich ich sehe das einfach als eine gute schöne problemlose sachen an der abbau von staatsschulden dass der nicht als dass der gemacht wird so in die richtung genau dann das bindungslos Grundeinkommen alter ich bin schon mit dem länden mindestlohn nicht zufrieden mit abschaffung der frauenquote würde ich noch sagen so cdu spd linke bündnis 90 die fdp die afd die piraten und was ist denn noch so relativ hier in mainz sind relativ viel von der ödp die parteien drin so die nehme ich ich sage jetzt als prediction dass die fdp relativ weit oben sein wird als erste sage ich die afd tatsächlich als zweiter die cdu als dritte und ganz hinten die linke und vielleicht die piraten die tun sich da ja nicht so viel also fdp afd cdu sage ich ganz vorne irgendwie so mit 70 75 prozent ich weiß es nicht oh ja die fdp bewertet freiheit höher als gleichheit sie war über viele jahre an bundesregierung beteiligt ist seit 2013 aber nicht mehr im bundestag vertreten in ihrem wahlprogramm versetzt die höhere bildungsausgaben sie setzt sich für steueranlastung ein und spricht sich gegen eine anlasslose überwachung aus alles bis hierhin ja ne dass dieser andere falls gedanke ist immer bei mir problematisch okay verstehe ich 82 prozent fdp war mir klar cdu okay damit müssen mit afd gestruggelt ist andersrum habe ich oft dass diese wollen wir vorne sind dass die linken ganz weit hinten sind okay ich hätte gedacht mehr grüner als piraten tatsächlich sogar zehn prozent okay was sagen die denn so wo meine ich sag mal meine unterschiede zur fdp liegen wären die bundeswehr im inneren wir für freien demokraten wollen nicht dass die bundeswehr die oberste aufgabe deutschlands nach außen zu lassen kann ich mit leben mit der these ich unterstütze sie trotzdem nicht da sind wir gleich da sind wir fast gleich so ich habe nein gesagt bei baföck da soll getrennt werden was sagt die wir eltern aber dann fängt die ausbildungsförderung junge menschen seien ständige personen und frei und ohne geld sorgen sage ich auch aber dann müssen die eltern doch einfach mal zahlen naja videoüberwachung da ist klar ist die ausweichende überwachen kein allheilmittel ich sage er schon in die richtung aber kann man sich darüber streiten erhöhung der verteidigungsausgaben nachhaltige internationale sicherheit nur wenn das okay okay ich verstehe die these nachhaltige internationale sicherheit 3 prozent sehe ich als ziemlich viel an vom bp müsste damit aber auch die innere sicherheit mit uns ein stark ich jetzt mal fake news so das haben wir das haben wir gleich da sind wir so ein bisschen was hatten wir da die verurteilung haben kinder das vierzehnte regel ist ja noch nicht erreicht kommt das jugend strafrechte richtigerweise nicht zur anwendung die instrument der kinder jugend wir müssen aber auch im zweifel gegen die wille der eltern und mit beurteilung des familiengerichts genutzt werden wenn keine andere maßnahmen damit ist dem dem gläubiger aber auch nicht geholfen aus wirtschaftlicher sprache angesprochen so verkaufen cannabis ok da weiß ich die drogen sagen die fdp sagt gerne ja auch für alle drogen ok werde ich nicht verstehen bis in den nächsten 100 jahre was soll ich sagen ja ich hoffe mal das konnte man machen diese folge und ich fand es ganz interessant den war nomad mal wieder zu machen ich finde den immer wieder interessant immer wieder gut ich verlinke euch die seite bestimmt in der fall beschreibung wir sehen uns schreibt in die kommentare wenn ihr wollt ich sag mal freiheit ihr müsst nicht ihr müsst sowieso nichts aber wenn ihr wollt vielleicht was ich bei euch raus kam wo ihr differenzen zu meinen antworten die der anderen parteien habt kritik am valomat an mich an meine fuego salzer dipsoße mild sucht euch aus bis dahin und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.